So, da sind wir auch schon wieder und es geht viel weiter, es geht weiter Tobi, es geht weiter, mit Mr. Fettibauch hier, das ist jetzt, ui, die ganze Nacht, so, okay, immer eine Hilfe, das ist für mich, Ja, aber gib mal, komm mal her. Achso, soll ich hoch? Nein, ich. So, und du kannst jetzt hier drauf springen, eigentlich auch von da. Was machst du denn? So, hat sie dir. So, hat keiner gesehen, ich war in Deckung. Oh, warte, jetzt, eins, zwei. Die despawn aber auch so schnell, die Dinger. Was? Ja. Achso. Hä, aber der läuft ja nicht so schnell. Ich muss von da hier rüber springen. Nee, du musst, du musst da bleiben, damit ich da hochkomme. Achso, bereit? Du kannst ja einfach runterlaufen. Ja, ist ja gut. So, muss ich da jetzt wieder hoch, also, so, ja, ne, muss ich ja. Pällchen! Ah, muss ich da. Sieht aus wie ein bisschen Kirby. Nee, du musst zweimal, glaube ich. Okay. Sieht aus wie Kirby, der Kleine hier ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Was, hast du? Ja. Komm. Gut, jetzt? Ja, ich hab's. Ich hab's ja gemerkt. Ja. Hey! Weil du nicht läuft. Nicht stehen bleiben. Du hast doch gesagt, nicht stehen bleiben. Bleib mal da stehen. Achso. Ach, kacke. Unsere Punkte. Oh, nein. Unsere Punkte. Unsere Punkte oben. Das ist doch kacke. Wie schnell gehen sie denn weg, bitte? Du wirst doch bitte auf diesen Dings-Tabier draufgehen. Ja. Ah, du musst runter. Nee, das geht nicht. Natürlich. Nein. Nein. Oh, nein. Hm, hm, hm. Schreckhaft, Torby. Da! Mist. Right. Huh? Ich bin voll draufgedoppt Spring mal Teile mich hier nicht, oder? Ich bin so langsam Ah Warte, ich weiß glaube ich wie Ich muss dann Irgendwann hier hoch springen und von da oben da drauf Und dann müsstest du aber hier unten stehen Du musst hier runter kommen irgendwie Okay, wir müssen die Plätze tauschen Geht das? Das muss aber gehen irgendwie, sonst geht das ja nicht weiter Warte mal Sie hoch Nee Hm Ja, aber so kommst du ja auch nicht hoch Warte mal, oder? Warte mal Ah, ich weiß, warte Ich probier weiter zu rennen Achso Ah Buff Juhu So geht das Ein Igelchen hier Ich bin da Oh, ich hab das Ganze eingesammelt Ah, ich kann von da unten springen dann, okay Achso Da muss ich mich mal hoch lassen Ich muss mich mal hoch lassen Aber, aber, aber Das ist nicht gut Ja, ich warte bis du kommst und dann spring ich da hin Ah, okay Okay Tschüss Ähm Puff Oh, jetzt sind die wieder da Oh, jetzt sind die wieder da Oh, jetzt sind die wieder da Macht die Gegend Kommen wir nicht Warte Ah, ach nee, du kommst ja auch nicht mehr zurück Ah, nee, du kommst ja auch nicht mehr zurück Perfekt Perfekt Mit dem kleinen Füßchen Komm mal Oh, jetzt steuern Höh Du hast dich doch nicht gekügt Du hast dich doch nicht gekügt Ich bin glaube, ich bin zu groß Oh, oh Na Party So, Party jetzt aber bitte Ding 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 Oh Ach, da hatten die keine Party, das ging doch Ein bisschen machen sie, Mann Das sind scheiß Freunde Das war ja noch nicht mal die Party mit uns, was soll denn das? Gut, der geht's Bällchen Tschau Pingchen Hm Hm Okay, du musst da Du musst da rauf Oh, warte, da war auch so ein Ding, das hab ich nicht gesehen Aber Warte, ich komm Warte Ja Hä, kannst du mich nicht einfach von dir drauflassen? Hä, kannst du mich nicht einfach von dir drauflassen? Warum nicht so umständlich? Ich Mach das weg Doch, doch Ja, ich hab's gesehen Ich hab's gesehen Wo willst du denn? Ich bin So, hier muss ich hin So, hier muss ich hin Ah, okay Ich glaub du musst da gleich drauf Ja, okay Warte, ich mach erstmal die weg War knapp Aha Mann Ah, Punkte Ah, Punkte Ah, hab ich noch So Okay, Achtung Du hast es aufploppen lassen Ähm Weg Weg Ja Guck mal da unten Siehst du den? Also wenn... siehst du den? Ich glaub du musst von hier dann sprengen Oder du Du musst da oben drauf Du musst erst das wegmachen Du musst aber noch in der Okay Ähm Ich bin zu groß dafür. Jetzt sind die wieder da. Gehen wir noch keine Punkte. Tschüss. Ich glaube, du musst hier hin. Kleiner. Okay. Oh Mann. Solltest du denn nicht weiter? Ich weiß nicht. Was ist denn los, ey? Okay. Oh, das war wieder knapp. Es leckt ein bisschen gerade. Oh, das ist ganz komisch, so zu spielen. Warte, das Schweinchen hier. Warte. Okay. Lauf. Oh, das geht. Kannst du nicht eins noch höher? Putzer. Was? Ah, okay, da müssen wir wahrscheinlich wieder draufspringen. Okay, so weit springen kann der nicht. Okay, Komma. Doch, komm mal hier rein, kannst du das? Ja. So, wieso gehst du denn nicht hier rum? Soll ich da hoch muss? Und du musst dann da oben hin. Du musst dann da, du musst dann da rausspringen? Ne, musst du nicht. Aber du musst da hinlaufen. Du musst da hoch genug springen, damit ich da hochkomme. Ja, aber hier muss ich ja nur kurz springen, damit du hier rumkommst. Versuchen wir uns. Und dann? So, und jetzt musst du zurückspringen? Dass ich... Genau. War das nicht so geplant? Nein, du hättest doch mal, damit ich da hochkomme. Ja. Ja. Jetzt. Okay, Achtung, jetzt musst du dich da hinstellen, oder? Ja. Na ja. Du musst ja hochkommen. So. Und da hin? Muss ich da hin? Keine Ahnung, da ist mir stimmt irgendwas. Stimmt, passt. Ich spring erst mal nur hoch. Du musst da hin. Ich muss da hin. Okay. Bällchen. Du musst da hin. Weg erst mal nur hoch. Magst du hoch? Gehen dir zu. Toll. Tschüss. Schön. Bestimmt wieder zu Ende. Vergnacht! ja so Party immer wenn ich unten bin feiern die Abweichungen hochfassert was soll dazu sagen ein bisschen ja folgendes viel Spaß Ich komme da nicht rüber. Das heißt, ich muss mich töten lassen. Oh, schade. Aber damit tötest du mich doch auch. Ja, ja, aber ich kam da ja nicht rüber. Geht ja so auch nicht. Ich glaube, wir müssen da beide runter. Was soll denn das gehen? Geht nicht. Oh, die Großen kommen ja gar nicht rüber. Doch, wenn wir zusammen, wenn wir... Da kommt einer rüber, ja. Stimmt. Ja, das war zu knapp. Ah, wir sind hier unten. Überleg mal, wir müssten hier noch ausbalancieren. Du musst dann wieder zurückspringen. Ja, ja. Aber ich meine, es ist leichter wie Bob was hungry. Das ist knapp. Ja, das war zu knapp. Das war knapp für mich. Okay. Okay. Und... So. Eins. Süßig. Was machst du denn? Also, du machst. Ja. Okay, einmal durfte ich. Das... Das war auch nicht so prall. Das wird auch nix. Nein. Du weißt schon, dass ich das jetzt geschafft hätte. Weißt du nicht. Nein, 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 nein. Nein. Oh, das ist jetzt doch nicht. Sicher, dass das so zu lösen sein muss? Oh. Gut runtergefallen. Ja, ganz sicher. Ja. Tschüss. Aber warte, das kommt auch gleich zurück. Und... Okay, warte, warte. Tobi, du. Oh. Um Gottes Willen. Puh, schnell gerott. Ist da oben noch was? Ankommen nicht. Nein. Da darfst du rein. Nein. Da musst du hochspringen. Ja. Ah, da. Okay, nochmal. Ich seh nichts. Alles gut. Das reicht aber nicht. Hm. Ach so, holen wir ja auch keinen Schwung, ne? Das reicht nicht. Ich hab ne Idee. Kannst du da oben machen. Nee, kommst da ja nicht hin, ne? Warte, ich guck mal. Nee. Weil, ne, wieso? Du musst mich hier rauslassen, irgendwie. Tobi. Ich komm, ja. Ich komm, ja, ich komm, ja, ich guck mal nicht hin. Warte, warte, warte. So, wir sind leer. Ah, und tap. Hä? Hä? Ach, brauchen wir das gar nicht hier, oder was? Hä? Warte. Für was willst du denn dann? Ich kann doch auch hier einfach laufen. Nein, das ist doch zu einfach. Das reicht auch nicht. Versteh grad nicht. Ich kann doch hier einfach laufen. Zu kompliziert gedacht. Und dann kannst du jetzt. Okay. Draust. Nein, ich will nicht. Ich hab gedacht, du rennst durch. Hm. Da. Geh auf, Mr. Pinselkumpf. Guck mal, die Augen. Ja. Das war ja gut gesprochen. Toll. Wir kriegen keine Party mehr. Alter. Ich bin grad. Ich muss kurz was kriegen. Ja. Alle Zeit der Welt. Such mir Zielwasser. Was ist denn da drum? Zielwasser. Hopp da. Hm. Ja. Ja. Okay. Sag nicht, du hast das gesehen, dass das nicht geht. Äh. Traurig. Party! Party! Ich bin oben, meine Freunde, lasst uns Party machen! Party? Party? Warte mal, hier kann man bestimmt noch hoch. Guck mal. Oh, ich war eben oben. Wo bist du denn? Lass uns mal hier treffen. Bist du oben? Wo bist du denn? Oh, ich war irgendwo. Warte, ich sag, ich spring jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Oh, ich war oben! Ich war oben! Warte, ist bestimmt hier. Oh, du bist da irgendwo. Hallo? Was macht das jetzt? Muss ich da auch hin? Ich weiß es nicht. Was macht das jetzt? Da geht's Kerzengerade aus hoch hier. Da so. Ja, du bist auch da. Oh. Hä? Äh, okay. Äh, wo bin ich? Was ist das denn? Wo bin ich? Was ist das denn für ein Eis? Macht das was? Hallo? Was ist der Eis? Hä? Tobi, hast du ziel Wasser getrunken oder andere Drogen? Tobi, hast du ziel Wasser getrunken oder andere Drogen? Hä? Was ist das? Was? Die Kugel! Das wird das Ende hier sein. Das wird das Ende hier. Oh, ich weiß nicht. Was ist das? Die Kugel! Die Kugel! Die Kugel! Wie ist das? Die Kugel! Die Kugel! Die Kugel! Die Kugel! Ja. Ja und jetzt? Warte, ich geh mal runter. Ja, aber es reicht ja auch nicht, der Platz. Wir müssen da unten hin. Da! Wie willst du denn da hin? Keine Ahnung. Das blöde Eis. Ah, okay. Ja, ich hab was, hab was. Okay. Genauso wie eben. Da musst du nach rechts laufen, oder? Oh Gott! Nach rechts laufen! Das reicht ja nicht, die Zeit. Anders, anders, andersrum. Ach, jetzt, jetzt weiß ich nicht. Ich hab einen. Wohin soll ich denn dann gehen? Nach rechts, warte, noch nicht. Jetzt rechts. Nein. Ach, du bist recht nicht. Das reicht auch nicht. Was ist denn das hier für ein Eis? Das ist Ende. Was ist das Ende? Denk ich mal. Wir müssen das hier kriegen, ne? Genau. Ach, spring mal mit auf. Guckst du da nicht hin? Nee. Guck ich da hin? Nee. Ah, warte mal. Ich... Ah, jetzt weiß ich's. Okay. Lass mich mal da hoch. Und du stellst dich aber hier drauf. Da. Da. Nee, nee. Hier oben drauf stellen. Und dann fliegst du hier... Warte. Weißt du? Warte. Aber du hast ja den Schwung. Der Schwung geht ja nicht verloren, ne? Nee, aber... Ich komm mal nicht hin. Warte. Okay, halt mal den Schwung. Ich halte den Schwung. Ich halte den Schwung. Was für eine Scheiße, ey. Vielleicht wollte er am Rand stehen. Das gibt's doch nicht, ey. Oh! Nein! Nein! Jetzt. Okay. Vielleicht muss ich warten, bis er... Oder... Nee, das geht ja nicht. Du kannst ja... Oder? Kannst du hier auch drauf? Nee, ne? Wo drauf? Auf das Eis? Nee, komm mal nicht hin. Hm. Okay, warte. Bleib da stehen. Ich mein mit den Schwung. Ob du dann mit den Schwung drauf kommen könntest, auch. Oh. Was auch? Wir probieren jetzt mal einfach. Ja, aber jetzt komm ich ja nicht drauf. Oh, das reicht aber nicht. Ich glaub schon, dass wir einen Zwischenschritt machen müssen, irgendwie. Oh, jetzt ist das... Da ist nix mehr. Wie? So. Wir schaffen's nicht. Ich denk, dass wir... Dass einer hier drauf, da rein muss. Und hier drauf, ne? Ja, und dann? Dann fliegt der andere hier rein. Und vielleicht dann grad wieder so drauf. Dann ist er hier. Komm, komm, komm. Kommst aber nicht hin. Das muss doch gehen. Ich warte mal, bis das Eis hier ist. Oder du musst mal warten. Oder spring einfach mal normal runter. Runde. Ja. Was machst du denn? Wo machst du es aus? Mhm. Oh, ich sehe schon. Wir sind bei 30 Minuten. Dann würde ich sagen, wir überlegen mal ein bisschen und sehen uns dann gleich wieder. Oh, ich sehe schon. Okay. Tschüss.